Ein frohes und gesundes neues Jahr wünsche ich allen Aktiven des Taekwondo sowie allen Schülerinnen und Schülern, Freunden und Unterstützern des Taekwondo Center Panko. Hiermit lade ich zur Taekwondo Center Panko Challenge für den Januar ein. Das sind acht Techniken mit zehn Wiederholungen auf drei Schwierigkeitsstufen verteilt. Ende Januar solltet ihr Stufe 3 erreicht haben. Wie diese Herausforderung möchte ich eure Sportlichkeit aktivieren. Zusätzlich zum Training, das wir hoffentlich bald wieder beginnen können, sollte so der Rückstand an Kontinuität und Fitness aus dem letzten Jahr bald wieder aufgeholt sein. Bleibt gesund, viel Erfolg! Stufe 1, der Handelmann. Stufe 2, der Liegestütz. Sein Stütz auf dem Ellenbogen. Stütz auf der anderen Seite. Ellenbogen. Stütz auf der anderen Seite. Ellenbogen. Stütz auf der anderen Seite. Ellenbogen. Ausstoß. Im Schritt zehnmal wechseln. Kipp. Einmal Dehnung. Seine wechseln. Hintere Beine durchstrecken. Knie hoch. Auf den Rücken legen. Bauchmuskulatur-Training. An die Füße. Immer über Kreuz. Schatz. Den Kiefer. Böden Kiefer. 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 Schatz. Seine wechseln. Dasein. Die Arbeit durch die Kräfte. Begleit. Die Musikung. Ich bin Kiefer. Sieh Schatz. Ich bin Kiefer. Sieh Schatz. Stufe 2, Hampelmann im Sprung, Hanna, Tul, Set, Nett, Darstet, Björstet, Iko, Jodl, Auf, Jodl und tief springen, Beine hochziehen. Hanna, Tul, Set, Nett, Darstet, Iko, Jodl, Auf, Jodl. Liegestütz nur vorne und los geht's. Hanna, Tul, Set, Nett, Darstet, Iko, Jodl, Auf, Jodl. Seitlich, Schütz. Hanna, Tul, Set, Nett, Darstet, Iko, Jodl, Auf, Jodl. Seite wechseln. Hanna, Tul, Set, Nett, Darstet, Iko, Jodl, Auf, Jodl. Hanna, Tul, Set, Nett, Darstet, Iko, Jodl, Auf, Jodl, Auf, Jodl. Und Dehnung, Spagat, Vorderbein aufgestellt, Ellenbogen runter. Und andere Seite, Vorderbein aufgestellt, mach die Ellenbogen runter. Hanna, Tul, Set, Nett, Darstet, Iko, Jodl. Hanna, Tul, Inko, Jodl, Auf, Jodl. Und hoch. Chonk, Chonk, dem Sprung. Jede Bewegung ist ein Sprung in Front. Chonk, Chonk, Frau. Ja! Haaaa! Stufe 3, Hampelmann mit zweifach nach oben gezogenen Armen. Los geht's. Hanna. Tul. Set. Met. Das hat. Jürgen. E-Kopf. Jürgen. 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 Tief springen. Hochziehen. Füße fassen. Los geht's. Hanna. Tul. Set. Ne. Das. Erst. In-Kopf. Jürgen. A-Hop. Jürgen. Wie steht's? Vorne hinten springen. Hopp. Se. Legt. Versen. Erst. In-Kopf. Jürgen. A-Hop. Jürgen. Jürgen. In den Seitenstütz. Auf die Hand. Und jetzt abwechseln. Hanna. Tul. Set. Met. Das. Yürgen. Das. 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 The. Das. Das. Hingekopf, Jodl, auf, Jodl, und auf, Fauststoß, Schrittstellung, überkreuz, Sprung, dabei Fauststoßwechsel, und Kick. Dann wieder zurückziehen. Los geht's. Hingekopf, Jodl, Ahob, Jodl, hier, Dehnung, runter, Fagat. Noch einmal zur Seite gedreht, Seite wechseln. Und aufbordgetraining. Klappmesser. Hingekopf, Jodl, Zett, Nett, das wird, Dürst wird, in Kopf, Jodl, Ahob, Jodl. Erst, Jodl, in Front, Sprung, zwei Bewegungen. Schonk, jischonk. Sehr. Achtung, seinig ausholen, Sprung. Ja. 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 Vielen Dank.